Kann die richtige Schulter nicht sehen. Mist, kein Abzeichen. Ein Rebell auf dem Balkon gegenüber. Bestätigt. Untersucht sie alle. Abzeichen bestätigt. Die Wache bei Hastings ist überprüft. Ausgezeichnet. Untersucht die restlichen Wachen. Kein Abzeichen. Percival, wir haben einen Rebellen im Erdgeschoss. Verstanden. Weitersuchen. Ein Abzeichen. Percival, die Wache oben auf der Treppe ist echt. Gut. Weitersuchen. Das war der letzte. Gut. Sehr schön. Wir eliminieren alle Betrohungen. Bestätigt. Was? War das Ihmchen hier? Waffe geladen. Weitmannsheil. Weitmannsheil. Achso, ich muss... Warum kann ich denn nicht schießen, Alter? Sie könnten jeden Moment los schlagen. Schnell. Geduld. Hastings! Ein Geschenk von den Rebellen! Der war doch... Hastings ist getroffen. Wiederhole. Hastings ist getroffen. Der war doch einer ohne Abzeichen, oder? Dann mache ich erst mal oben den auf dem Dings den platt. Ihmchen hier. Der hat... Der hat ein Abzeichen. Der hat auch ein Abzeichen. Ihmchen hier hat kein Abzeichen. Einer erledigt. Noch einer. Der war doch... Ja, hab ich. Lucan! Rebellen! Holt Hastings da raus! Bringt ihn hier raus! Okay, jetzt geht's ab. Hastings ist entkommen. Braucht Verstärkung. Alle Wolken fahren weg. Percival, das Ziel ist getroffen. Rebellen im Anmarsch. Ich brauche Hilfe. Verstanden. Wir stoßen zu dir. Okay. Junge! Ich gebe Feuerschutz. Ich gehe rein! Ich dachte gerade, da wird links einer stehen, ey. Hier kommt aber keiner hoch, ne? Seitdem ist er sehr asozial. Das will ich hier oben eine Ruhe haben. Okay. Da oben sind sie auch noch. Ah, jetzt gehen sie runter, okay. Sind jetzt alle runtergegangen? In den, in den Band geschossen. Weißt du es jetzt? Weißt du es jetzt? Und, ja, ich habe noch was anderes. Das ist schön. Was ist das hier hinten? Yo! Liegt hier einfach mal eine Granate rum, ey. Ich glaube, taktisch. Ich werde auf jeden Fall mal zu der kleinen Piefke hier wäffeln. Wenn mir jetzt gleich noch hier einer über den Weg läuft, dann ist es nämlich, äh... Okay, anscheinend ist hier unten vor der Treppe einer. Nein, nein, nein. Das war so ein verfickter Scheiß... Wie heißen die? Ich kann sehen, wo sie herkommen. Verspare ihren Zugang um jeden Preis. Schrottflinkenpisser. Vorrücken. Jawohl, Herr. Ich schaffe es jetzt. Ach, verdammt. Ich rücke vor. Wir verlieren die Deckung. Oh, jetzt muss ich die alle nochmal töten, ey. Ja, natürlich bringe ich euch um. Was habt ihr denn gesagt? Wie mache ich das denn gleich mit dem Schrottflinten, Heini? Wer hat mir jetzt gehört? Ja, ja. Oh, was ist das denn? Ich schaffe. 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 Kann doch nicht dein Ernst sein. So. Okay. Granate mitnehmen. Ausrüsten. Geil. Ja, dann komm doch hoch. Steht der jetzt ganz unten? Okay, der steht hier unten, irgendwie an der Treppe. Oh, da hat er mich doch getroffen. Mann, wo steht der Pisser denn? Ich glaube, das war ganz gut. Jetzt weiß ich nur nicht, ob es noch welche von denen gibt. Die Rebellen im Foyer einzudringen. Okay. Das ist heute nicht. Okay. Okay, das war nur eine Pflanze. Okay. Fuck, fuck, fuck. Andere Seite. Puh, okay. Wo schießt du? Irgendwer schießt hier. Also eben gerade hat irgendjemand geschossen. Okay. Also einer ist hier auf jeden Fall noch. Die haben nämlich gerade rumgeflucht. Die nehmen wir mal mit. Die laden wir gerade mal nach. Verdammt. Und alle da... Wow, okay. Oh, wie geil ist das denn? Jürgen, kannst du denn bitte nachladen? Wie ich einfach voll ins Gesicht geschossen hat, ne? Oh, wie geil. Wow. Da hätte ich die Waffe nicht ausgetauscht. Ist der tot? Ja, ich glaub der war tot, weil das Fadenkreuz rot war. Bleib bei mir! Ah ja, Pixie, halt die Fresse. Okay, dann gehen wir mal hier runter und hoffen mal, dass hier keiner mehr rumsteht. Er ist tot. Okay, dann müssen wir runter. Aber ich laufe jetzt erstmal hier hinten. Kann ja sein, dass da wo noch was liegt. Nein, natürlich nicht. Dann gehen wir mal runter. Gebe Schäden am Steuerbord. Notfalleinsatzteam zu B12 und B13. Wo muss denn hin? Ist das falsch? Ah. Ich muss doch langsam da durchgehen. Und dabei husten. Verdammt. Percival, ich hab mein Ziel verloren. Ich nehme Verfolgung aus. Negativ. Bei den Rettungsboten sammeln, wir haben ein größeres Problem. Die Rebellen haben eine zweite Bombe an Bord. Verflucht. Okay, bin unterwegs. Findest du das etwa vernünftig? Diese Konsequenzen konnten wir nicht vorhersehen, Alistair. Eure Mission in Whitechapel sollte unentdeckt bleiben. Ich habe Berichte über zahlreiche Verluste und schwere Zerstörungen am Royal Hospital erhalten. Und jetzt das! Ich werde zu meinem Wort stehen. Ich allein übernehme die Verantwortung für alle Konsequenzen, die uns treffen könnten. Sebastian! Du wirst verstehen, dass ich nur noch wenig tun kann, um dich vor dem Zorn des Lord Kanzlers zu schützen. Oder des Ordens! Dein Vater wird das einsehen. Doch jetzt sollten wir die zweite Bombe finden, bevor sie detonieren kann. Gut, er redet eure Hilfe. Wir... wir müssen alle von Bord, bevor es noch schlimmer wird. Sir Lucan wird sie eskortieren und die Evakuierung leiten. Wir müssen die Suche fortsetzen. Dies ist doch die Angelegenheit der Besatzung. Sie wollen doch nicht an Bord bleiben. Wir stoßen so bald wie möglich zu ihnen. Easy, kümmere dich um die Leute und dann geh zum Cockpit. Nein, ich komme mit dir. Easy! Du musst Lafayette finden und dann von Bord gehen. Ich... Dein Bruder will, dass ich dich heil zurückbringe. Tu es. Für mich. Wir brauchen Waffen. In der Nähe ist eine Wachstation. Bedienen wir uns bei den Waffen der Kompanie. Okay. Die Rebellen werden jemanden schicken, um die zweite Ladung zu zünden. Die Rebellenanführerin und deine Komplizien versuchen einen Notfallplan zu starten. Das muss es sein. Einverstanden. Machen wir weiter. So. Ich bleibe hier. Versuch zum Waffenlager zu kommen. Naja. Ich bin dabei. Gut. Das ist jetzt auf jeden Fall die linke Seite schon mal ein bisschen schwieriger. Aber die haben wir. Ja. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Feiglinge. So. Und jetzt haben wir hier ganz viel Auswahl. Und dann weiter. Und wie es weitergeht und was für Waffen ich mir nehmen werde, werdet ihr in der nächsten Folge erfahren. Denn ich mache jetzt hier Schluss. Und ja, ich hoffe mal, dass euch die Aufnahme wieder bis hierhin gefallen hat. Und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüüss!